Der Typ rappt eine schöne Melodie mit einem unschönen Text. Das habe ich auch. Genau so würde ich es auch ausdrücken, wenn ich Deutsch kenne. Es geht um Kontraste. Du machst Geld, du bist seriös, aber du kommst mit Jeans und mit Pulli und nicht mit Krawatte. Es geht um Kontraste. Es geht um Kontraste. Dann merkt man, Alter, dass der Typ auf der einen Seite musikalisch ist, der trifft viele. Das geht ins Ohr. Dann macht er sie im Bett und schreckt den Schwanz rein. Das ist Rap. Das ist Rap. Ja, auf jeden Fall. Wer hat es da reingestellt? Mein Name ist Flair. Ich bedanke mich bei dem, der das Duktus in den Fotokurs gemacht hat. Ich bedanke mich bei dem Herrn Fragezeichen. Flair. Dass er so einen Netzartikel bei Wikipedia reingestellt hat.